Acon ist der letzte Kandidat, der herankommt für den Karl-Jaspers-Preis. Ehemals Gerling-Preis, alles ist startklar. Boxentüren auf 2400 Meter in der zweiten Gruppe-Zwei-Prüfung des heutigen Tages. Das Feld formiert sich. Wer übernimmt zunächst einmal die Spitze? Der Sheriff, Beam-My-Sheriff, mit Acon an der Außenseite und zwischen den Pferden. Und das war auch die Taktik, Wow direkt in vorderster Linie auszumachen. Und der Schützling von Lebo Racing geht jetzt also an die Spitze. Wow führt dahinter Acon in zweiter Position. Vor Beam-My-Sheriff, dann sehen wir Say-Goodbye an der Innenseite. Vor Naida, dann The Way of Bonnie. Drittletztes Pferd ist Windstoß, vorletztes Pferd ist der Favorit, das ist Ash-Run. Und am Ende des Feldes da galoppiert zunächst einmal Amiro. So geht es durch den Bogen mittlerweile hindurch, durch den Scheibenstraßenbogen bei nicht allzu schneller Fahrt. Bei ruhiger, bei gleichmäßiger Fahrt, diktiert Lucas Delosier das Geschehen hier mit Wow. 1600 Meter bis zum Zielpfosten sind das noch. Vor Beam-My-Sheriff in optimaler Ausgangslage, anderer Starke. Dann ist es Say-Goodbye an der Innenseite. Clement Lecovre, Acon hat so ein wenig die Nase im berühmten Wind dort mit Giri Palik. Dahinter ist es Naida Adry de Vries, an der Innenseite Windstoß mit Maxime Pescheur. Dann The Way of Bonnie, René Pichulek. Vorletztes Pferd bleibt außen galoppierend Ash-Run, Burjan Morsabayev. Und an der Innenseite davon lauert Alex Pich auf seine Chance mit Amiro. So geht es ausgangs der Gegenseite mittlerweile weiter. Gute 1000 Meter sind das noch. Wow, hat mittlerweile drei Längen Vorteile. Vor Be My Sheriff in zweiter Position. Dann Say-Goodbye. Vor Acon, vor Windstoß, vor Naida. Die galoppiert noch frisch und munter. Dahinter ist es The Way of Bonnie vor Ash-Run und vor Amiro. Die haben einen meilenweiten Weg bis nach vorne. Das sage ich ihnen. 650, 700 Meter vor dem Pfosten. Die müssen fliegen auf der schnellen Bahn hier, wenn es in den Einlauf jetzt hineingeht. 600 Meter sind das noch. Wow, marschiert vor Be My Sheriff in Angriffsposition. Dahinter ist es Say-Goodbye an der Innenseite. Außen macht Acon Boden gut, dann Windstoß. Und dann ist es Naida Wow an der Innenseite. Aber sofort ist der Sheriff da. Be My Sheriff. Und der geht spielend leicht dran vorbei. Be My Sheriff for Say-Goodbye. For Acon, for Wow an der Innenseite. Jetzt kommt Windstoß. Besser auf Tour, aber der Sheriff ist vorne. Be My Sheriff für Andra Starke. Für Nadine Siebmann und für Henk Grewe. Diese Story schreibt nur der Rennsport. Wir haben drüber gesprochen. Be My Sheriff, der kantert hier im Karl Jasperspreis. Be My Sheriff gegen Windstoß. Dahinter Acon, dann Say-Goodbye Ash-Run. Dann The Way of Bonnie. Dann ist es Naida Wow. Und Amiro, der kam nie vom Ende des Feldes. Fake, ja. Und deshalb lieben wir alle, meine Damen und Herren, diesen Sport. Familienerfolg für die Familie Baumgarten sieht man heute. Beide Gruppenrennen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Können Sie mich wieder Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020